es geht die angst um in der automobilindustrie europa und deutschland denn die chinesen kommen die chinesen kommen mit ihren autos auf unseren markt und meinen es verdammt ernst hier und ein solches auto steht hier nun vor der kamera der mg e hs und wer jetzt überlegt mg was war denn da ja gehörte doch mal zu bmw richtig wurde dann verkauft ja und am ende war es in china gelandet die marke und gehört nun zu seig die sind siebt größter autoproduzent weltweit wohlgemerkt das heißt die wissen schon wie man autos baut und auch verkauft und jetzt kommen sie auch auf den europäischen kontinent und zwar mit der marke mg die gibt es bereits schon wieder in großbritannien da auch wirklich mit erfolg also da verkauft man ordentlich einheiten auch den hs gibt es dort aber den gibt es dort auch als verbrenner bei uns hier in deutschland gibt es zunächst einmal zwei modelle den mg zv vollelektrisches suv und den plug-in hybrid den hs es kommen aber dieses jahr noch zwei weitere modelle der mg 5 ein vollelektrischer kombi der dürfte für viele da draußen sehr interessant werden auch für mich und dann kommt noch ein performance modell der marvel x ein hybrid ein vollelektrisches suv tschuldigung kein hybrid ein vollelektrisches suv groß und mit ordentlich kraft von drei elektromotoren soviel dazu schon mal vorweggenommen wir wollen uns aber heute einmal den plug-in hybriden anschauen und damit herzlich willkommen hier bei ubi testet schön dass ihr reingeklickt habt zu diesem video wenn euch das ganze interessiert vergesst den kanal nicht zu abonnieren falls ihr dies noch nicht getan habt dem ganzen video ein like zu geben und am ende vor allem ein kommentar unten zu schreiben denn ich möchte mit euch über den mg hs diskutieren und nun viel spaß bei der video vorstellung so so Bis zum nächsten Mal. 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 Die Linien könnte man so ein bisschen als Universum sehen. Das sind dann so einzelne Sternchen, die sich rund um das Markenlogo summieren oder sammeln. Darunter haben wir dann Nebelscheinwerfer, dann den obligatorischen silbernen Unterfahrschutz für SUV-Modelle plus den Warner bzw. den Radarsensor für den Kollisionswarner und das Notbremssystem sowie den Abstandsregeltempomaten. Kommen wir dann so auf die Seitenlinie. 4,57 Meter ist der MG EHS lang und 1,67 Meter hoch. Also ein Kompakt-SUV, ungefähr die Größe Volkswagen Tiguan, sage ich jetzt mal, Mazda CX-5. Ich finde klassische SUV-Linie, sehr schön, große, stark, also sehr hohe Gürtellinie, wenn man mal schaut so ein bisschen. Dann natürlich hier der klassische Unterfahrschutz mit einer Chromspange. Auch das wirkt schön, dann hier oben die Türgriffe, solide Bügelgriffe mit so einer Chromspange, damit man da noch was abhebt. 18 Zoll Leichtmetallräder haben wir hier verbaut und am Heck, würde ich mal sagen, haben wir dann auch noch schöne LED-Rücklichter, die sich sehr schön in die Gesamtpartie am Heck einsortieren. Eine zweigeteilte Rücklicht, Entschuldigung, ein zweigeteiltes Rücklicht haben wir hier durch die Heckklappe, den Unterfahrschutz, den wir haben und zwei echte Auspuffendrohre. Ja, das geht. In China scheinbar findet man das auch gar nicht mal so schlecht. Und jetzt würde ich mal sagen, mal schauen, ob der Kofferraum auch ordentlich ist, oder? Die Heckklappe im MG EHS öffnet hier elektrisch. Von der Geschwindigkeit würde ich mal sagen, gut. Und darunter, mit 1,78 pass ich gerade noch hier drunter. Also wenn da jemand größer ist, der wird sich durchaus hier gerne mal anhauen. Da würde ich mir wünschen, die noch ein Stück weiter zu öffnen. Dann schauen wir hier hinein an die Ladekante. SUV-typisch auf normaler Höhe. Da geht es dann aber wirklich komplett eben schon hier in den Laderaum. Das finde ich gut. Dann haben wir hier einen Laderaum Rollo. Auch sehr gut. Keine Hutablage. Dann liegt hier schon das Ladekabel. Und zwar eins von zweien. Das zweite ist hier unten, da ist der Ladeziegel. Und wie wir sehen, einen wirklichen doppelten Laderaumboden gibt es nicht. Aber hier unten schaut das auch echt aufgeräumt aus. Die Batterie ist da unten gut untergebracht. Für die Gewichtsverteilung hier im Heck sogar. Tire-Fit-Kit und wie gesagt Ladekabel. Ich würde mal sagen, schön aufgeräumt. Auch das hier sehr schön. Dann haben wir, ja, Taschenhaken gibt es hier keine. Es gibt hier auch keinen 12-Volt-Anschluss. Das finde ich ein bisschen schade. Dafür aber eine LED-Innenraumbeleuchtung. 448 Liter fasst der Kofferraum hier im Standardbereich. Und wenn wir dann einmal die im Verhältnis 2 Drittel zu 1 Drittel umlegbare Rücksitzlehne umfalten, dann sehen wir auch, das ist eine ebene Ladefläche, liebe Leute. Gibt es sehr selten, würde ich sagen. Also hier, das ist schon ordentlich. Also da merkt man kaum eine Steigerung hier nach vorne. Und damit kann man dann 1375 Liter durchaus gut einladen. Ich klappe hier wieder zurück und dann setze ich mich auf die Rücksitzbank und ihr kommt derweil mal rum. Der Zustieg in den Fond erfolgt durch einen sehr großen Türausschnitt und auch angenehm hoch, wie es sich für so ein SUV gehört. Also man fällt da nicht irgendwie tief, sondern man steigt eher leicht erhöht ein. Wir schließen die Tür und die fällt satt und schwer ins Türschloss. Richtig gutes Geräusch und auch auf hohem Qualitätsniveau. So, und wie wir jetzt schon seht, wenn ihr einmal genauer guckt hier, seht ihr, dass mein Teil der Rücksitzlehne etwas steiler steht als der der Seite hier neben mir. Und woran liegt es? Wir können es verstellen. Einmal hinten reingreifen, zack, und schon haben wir quasi die Schlaffposition eingenommen. Die Kniefreiheit vorne zu dem Vordersitz, der auf meine Größe von 178 eingestellt ist, ist sehr groß, also wirklich großzügig. Auch Kopffreiheit mehr als großzügig hier. Große Fensterflächen, da freuen sich die Kinder, wenn sie rausschauen können während der Fahrt. Eine tolle Türtafel, die auch wirklich hochwertig ist, selbst hier weiche Kunststoffe. Kunstleder mit rotem Stitching, zieht sich hier auch über die Armlehne und so eine Chromeinfassung um den elektrischen Fensterheber. Dann haben wir noch eine Türtasche, wenn wir da einmal reinschauen, da sehen wir nämlich auch noch eine Ablage. Da kann eine Flasche ganz gut rein, ist aber leider nicht mit einem Filz oder ähnlichem ausgekleidet. Also da könnten Gegenstände ja etwas klappern. Kommen wir wieder zur Sitzposition. Wir können uns das Ganze nämlich noch gemütlicher gestalten, indem wir die Mittelarmlehne hier ausfalten. Und da muss der Kameramann einmal zu mir reinkommen und dann schaut euch mal die Mittelarmlehne an. Saubere Stitching hier von dem Kunstleder. Tolles Ablagefach. Sanft ausfahrende Getränkehalter, die auch ordentlich robust und solide sind. Und auch die Plastikapplikationen hier fühlen sich und fassen sich ordentlich an. Nicht schlecht, Herr Specht, sagt man so schön. Isofix gibt es natürlich auch und das ist ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Denn die Haken da unten drinnen zu finden, liebe Leute, das ist wirklich eine Fummelarbeit ohne Ende. Das kann ich euch aus der Praxis sagen. Ich glaube, ich habe gut fünf Minuten damit verbracht, um dann den Kindersitz da reinzufädeln. Das, liebe Zeig und MG-Leute, das muss besser werden. Schaut mal, wie das geht. Da dürft ihr gerne noch mal zu den Mitbewerbern schauen. Dann gibt es hier noch ein kleines Fach. Da könnt ihr dann noch ein Tablet zum Beispiel reinstecken. Ist auch interessant, wie man das gemacht hat. Also eine solide Plastikapplikationklappe. Und an so einem Zugband, naja, warum nicht? Frischluft gibt es hier über zwei Luftausströmer. Und Strom gibt es über zwei USB-Anschlüsse. Also alles, was das Herz begehrt. Inklusive Halter, Haltegriffe hier und einem Kleiderhaken. Also im Fond schon mal alles wirklich gut. Und jetzt geht es nach vorne und da schauen wir mal, was der Fahrer sagt. Vorne sitze ich auf echt toll ausgeformten Sportsitzen. Die schauen wir uns jetzt einmal auch gleich an. Es gibt übrigens, das Ganze hier ist eine Kunstlederausstattung, die sauber verarbeitet ist und echt toll und hochwertig wirkt. Überall rote Stitching, also rote Ziernähte. Die Ziernähte sind auch sauber gesetzt. Da franzt auch nichts aus oder ähnliches. Wenn wir uns den Sitz und die Lehne anschauen, da gibt es echt guten Seitenhalt. Hier, da oben sind sie auch nochmal mit so ein bisschen Mikrofaser bezogen. Okay, warum jetzt hier oben Trophy steht? Das hat noch kein einziger Autotester herausgefunden, denn es gibt kein Sondermodell oder irgendeinen Bezug zu diesem Modell. Keine Ahnung. Naja, steht halt schön da oben reingestitcht. Warum nicht? Ist ganz nett, aber wie gesagt, die Qualität der Sitze echt gut, auch für Langstreckenkomfort. Es gibt eine manuelle Lordosenstütze für den Fahrer. Der Beifahrersitz ist leider zwar elektrisch verstellbar, aber eben ohne Höhenverstellung ausgerüstet. Da würde ich mir eigentlich auch noch wünschen, dass da doch nochmal etwas nachgebessert wird. So, und dann kommen wir jetzt zum Innenraum. Hier vorne. Um uns den Innenraum genauer anzuschauen, machen wir erst einmal ganz klassisch die Zündung an. So, dann machen wir hier aus. Nicht, dass uns die GEMA hier noch ein Problemchen macht. So, und dann fangen wir mal an. Das Design ist ja, würde ich mal sagen, sehr schön aufgeräumt hier. Gleich vorweg immer die Frage nach den Materialien bei einem Auto, was aus China kommt. Und erstens, es riecht hier drinnen nicht unbedingt nach Lösungsmittel. Also, das ist auch die Ausdünstungen, die hier im Innenraum stattfinden, sind angenehm und sind okay. Dann, die Materialien. Wir haben den Armaturenträger hier mit sehr weichen Kunststoffen ausgerüstet. Und hier auch wieder, sehen wir schon, eine schöne Naht, die hier noch reingezogen ist. Dann kommt hier das Kunstleder wieder zum Tragen. Ebenfalls wieder mit roter Ziernaht. Hier runter haben wir dann wirklich Hartkunststoffe. Aber die stören hier auch nicht. Hier ist ja auch nur das große Handschuhfach, was wir haben. Dann die Mittelkonsole, auch wieder klassisch. Wir haben hier einen 10 Zoll großen Media-Bildschirm und ein 12,3 Zoll großes Infotainment-Display oder Kombi-Display. Ein klassisches Drei-Speichen-Lenkrad-Multifunktion. Und aber wirklich, das kann jeder bedienen. Audio links, Bordcomputer rechts. Also da gibt es keine Fragen, keine Rätsel. Hier ein bisschen perforiert. Da würde ich aber sagen, dass das Leder hier so ein bisschen, naja, ein bisschen rustikaler ist, was man hier verbaut am Lenkrad. Das könnte ein bisschen feiner sein, wie ich finde. Aber auch hier wieder rote Stitching. Und es schaut schön aus mit dem MG-Logo hier. Dann haben wir hier noch schöne Lüftungsausströmer. Die fassen sich auch alle echt gut an. Also die Haptik ist sehr, sehr fein. Wir haben hier auch wieder die elektrischen Fensterheber drinnen. Ja, da ist so ein bisschen das Gefühl, dass die ein bisschen weich sind. Aber schaut einwandfrei aus. Große Türablage haben wir dann noch. Wir haben noch ein kleines Ablagefach hier links davon. Das ist auch schön. Das Lenkrad ist auch in Höhe und Tiefe sogar verstellbar. Da ist der Verstellbereich auch angenehm weit. Jetzt werfen wir den Blick hier in das Instrumentendisplay einmal hinein. Und da sehen wir, okay, das wirkt schon mal eigenständig. Schön aufgelöst. Ja, viel Verstellmöglichkeit gibt es hier jetzt nicht unbedingt, wenn man das sich genauer anschaut. Aber in meinen Augen sind die Infos, die wir hier über den Bordcomputer uns abrufen können, vollkommen ausreichend. In der Mitte ist das Infotainment-Display, wie gesagt, 10,1 Zoll, um genau zu sein, groß. Der Touchscreen hier unten mit Direktzugriffen für die Heizleistung und auch Fahrzeugeinstellungen oder der Home-Button. Wir sehen hier das Radiomodul, das Navigationsmodul und das Klimamodul. Darunter haben wir noch Direktwahltasten zum Beispiel für eine hier im Fahrzeug befindliche 360-Grad-Kamera. Wir können jede Kamera einzeln auswählen. Das sieht auch ganz ordentlich aus. Die Auflösung, ja, okay, da muss man sagen, die könnte definitiv besser sein. Aber dennoch, hey, wir haben hier einfach eine tolle 360-Grad-Ansicht drinnen. Finde ich gut gemacht, finde ich auch cool, hat man. Außerdem, es gibt auch noch einen Abbiegeassistenten, der damit realisiert wird. Setzt ihr den Blinker rechts, geht auch tatsächlich die Kamera für den rechten Außenspiegel an. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, das Telefon zu koppeln, entweder mit Android Auto oder Apple CarPlay via Kabel bzw. Bluetooth Audio, haben wir auch. Oder aber, wenn wir dann zurückgehen, dann haben wir hier das Navigationssystem. Das Ganze basiert auf Android und, ja, wie wir sehen, es braucht halt immer ein bisschen Zeit. Es sind nicht die schnellsten Prozessoren, die hier verbaut worden sind und gelegentlich, ja, ruckelt das Ganze auch mal ein bisschen. Das Display ist aber fein aufgelöst. Wie ihr seht, die Rechnerleister, Rechenleistung, da könnte man meiner Meinung nach ein bisschen nachbessern. Auch bei der Klimabedienung ist das ganz ordentlich gelöst. Wie wir sehen, ich denke, es ist fast selbsterklärend, wie man was hier einstellt. Entschuldigung, so. Und wie wir sehen, immer das träge Reagieren hier ist so ein bisschen schade. Das muss ich leider sagen. Gut, nichtsdestotrotz, dann gehen wir hier in die Mittelkonsole. Da haben wir hinter einer Blende die zwei USB-Anschlüsse und einen 12-Volt-Anschluss liegen für die Stromversorgung. Dann haben wir hier die Tasten für Warnblinkanlage, den EV-Modus, das heißt, wir können den elektrischen Antrieb wieder auf rein mit Strom fahren einstellen. Den Automatik-Wählhebel, dann die Taste für die Entriegelung der Heckklappe, die 360-Grad-Kamera-Taste. Eine Bergabfahrhilfe ist hier, automatische, ein Hill-Auto-Hold-Funktion, so heißt es, mit der elektronischen Punkbremse. Dann haben wir zwei Cupholder und ein kleines Ablagefach. Eine verschiebbare Armlehne und darunter ein großes Ablagefach für die Utensilien, die man braucht. Und vor allem, das ist klimatisiert, liebe Leute, das kann auch gekühlt werden. So, jetzt um den kühlen Kopf zu bewahren, starte ich jetzt den Motor und wir starten zur Ausfahrt im MG EHS. Beim Antrieb verwendet MG für ihren Plug-in-Hybriden einen 1,5 Liter Vierzylinder-Turbobenziner, der an einen Elektromotor gekoppelt wird. Der wiederum hat dann auch noch einen 16,6 Kilowattstunden fassenden Antriebsakku dabei. Der Benzintank fasst 37 Liter. Und wenn wir uns jetzt mal schauen, die Reichweite rein elektrisch soll 52 Kilometer gemäß WLTP-Zyklus betragen. Wenn ihr da wissen wollt, wie weit ich wirklich gekommen bin unter Realbedingungen, schaut in das Verbrauchsvideo. Da werdet ihr staunen, das verspreche ich euch. Kommen wir wieder zurück. Systemleistung 258 PS, gekoppelt an eine 6-Gang-Wandler-Automatik für den Verbrenner und eine 4-Gang-Automatik für den Elektromotor. Also wir haben insgesamt 10 Gänge zur Verfügung. Eingreifen können wir in dieses Management der Gangverteilung in keiner Weise. Das macht alles die Elektronik selbstständig. Sie regelt das auch soweit ganz passabel. Nur hin und wieder, so bei etwa 80 kmh, merkt man dann zum Beispiel den ein oder anderen Schaltvorgang von der Wandlerautomatik für den Verbrenner etwa. Oder aber auch beim Automatik, bei dem Elektromotor, Entschuldigung, die sind die Schaltvorgänge deutlich spürbar und mit einer deutlichen Zugkraftunterbrechung versehen. Da meiner Meinung nach gehört auf alle Fälle nochmal ein bisschen Nachfeilarbeit oder Nachschliff, Feinschliff, Entschuldigung, Feinschliff gehört da dann nochmal in die Antriebsentwicklung von meiner Seite reingesteckt. Beim Fahrwerk haben sie sich eigentlich wirklich gut schon mal einsortiert. Man muss sagen, der MGE HS ist ein komfortables SUV, was auch gröbere Unebenheiten gut wegfiltert. Sportlich? Ne, das will er nicht. Also das können wir gleich den Haken dran setzen. Ihr könnt ihn zwar versuchen sportlich zu fahren, er wird euch aber im Feedback schnell zu verstehen geben, dass das nicht sein Metier ist. Die Lenkung neigt zum Verhärten bei sportlicher Fahrweise. Die Karosserie neigt sich doch ein bisschen stärker als bei den Mitbewerbern. Und auch das Gefühl in der Lenkung ist einfach nicht schön. Gelegen zudem auch, wenn ihr den Wagen sportlich fahren wollt, ja der Antrieb hat auch immer so eine gewisse Verzögerung, bis er dann vom rein elektrischen auf den Verbrenner zuschaltet oder eben umgekehrt. Wer sich ein SUV kauft, der würde auch ganz gerne vielleicht den ein oder anderen Anhänger ziehen. Das könnt ihr mit dem MGE HS auf jeden Fall tun. Maximale Zuglast sind 1,5 Tonnen, das finde ich ganz ordentlich. Wir haben eine Stützlast von 75 Kilo, also E-Bikes könnte auch gut mitgenommen werden. Die Ladezeit übrigens für den Plug-in-Hybriden, maximal können 3,7 kW Ladeleistung abgerufen werden und in ungefähr 4,5 Stunden ist dann die 16,6 kWh fassende Batterie wieder aufgeladen. Das Reisen im MGE HS ist auch sehr angenehm. Das liegt zum einen daran, dass die Windgeräusche angenehm niedrig sind. Der Wagen sauber auf der Straße liegt, auch auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten und auch daran, dass wir hier sämtliche Assistenzsysteme haben, die derzeit erhältlich sein könnten für ein Auto. Das heißt also teilautonomes Fahren nach Level 2 mit aktiver Spurführung, Abstandsregelung und Stauassistent, Querverkehrswarnung, Notbremsassistent und Tote-Winkel-Überwachung, wobei die Tote-Winkel-Überwachung nicht so optimal gelöst ist, denn diese kleine LED, die hier in dem Lautsprecherkasten eingelassen ist, die sieht man leider wirklich sehr, sehr schlecht. Die gehört eigentlich eher in das Außenspiegelgehäuse, zu dem die Außenspiegel nämlich sehr groß sind und auch eine gute Rundumsicht bieten. Ist es nun die Gefahr aus China für die etablierten Autohersteller auf dem europäischen Kontinent oder nicht? Ich würde sagen ganz klar, ja ist es, denn der MG EHS zeigt sehr gut auf, dass die Chinesen wirklich verstehen, gute Qualität, gute Haptik, moderne Technik und hohen Sicherheitsstandards mit schönen Platzverhältnissen gut zu kombinieren in einem wirklich attraktiven Preis. Was kostet der EHS? 34.990 Euro in der Komfortausstattungslinie und in der voll ausgestatteten Luxury-Version kostet er 37.490 Euro. Damit ist der EHS verglichen mit einem Tiguan E-Hybrid zum Beispiel rund 12.000 Euro günstiger gegenüber einem Citroën C5 Aircross Hybrid 225 liegt er verausstattungsbereinigt immer noch ungefähr 10.500 Euro günstiger. Und wenn man jetzt in die Premium-Sparte reingeht, ein BMW X1 Plug-in Hybrid etwa kostet 20.000 Euro mehr. Was bekommt man beim EHS noch? Sieben Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer. Das auch, ja, das Händlernetz mit derzeit 26 Vertriebspartnern ist noch sehr gering. Bis Ende des Jahres sollen es 100 Vertriebspartner werden. Das heißt, auch hier ist MG Motors stark daran interessiert, das Vertriebsnetz weiter auszubauen und euch einen Händler in eurer Nähe zu präsentieren. In meinen Augen schaut euch dieses Auto an, versucht es Probe zu fahren. Wenn ihr euch dafür entscheidet, innerhalb von vier Wochen bekommt ihr ihn und er ist voll förderfähig mit bis zu 7.177,50 Euro. Somit würdet ihr ein Plug-in Hybrid für knapp über 30.000 Euro mit allem Schnick-Schnack bekommen. Ich finde, ein echter China-Kracher, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns jetzt über den MG EHS diskutieren. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und bedanke mich fürs Reinschauen bei dem Video. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Ganze zu liken. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier auf dem Kanal bei Ubi Teste zu einem neuen Video. Tschüss und Servus, euer Ubi.